Was ist der Vortrag von Buhl? Rodnitzki ist eine, die ursprünglich aus Deutschland, hat an der Akademie in Stuttgart studiert. Im Gegenzug, also Florian Wallnöfer ist ursprünglich aus Südtirol und hat aber dann an der TU in Wien studiert, wo dann die zwei aus Linz, der Christoph Lammung und Axel Linnemeyer studiert haben. Und die Universität selbst, aber nicht der Punkt, wo sie sich getroffen haben, das ist eher dann über private Dinge, es ist eher komplex, soweit sie es mir erzählt haben, das ist abenteuerlich, geht es bis nach Argentinien. Wo sie sich dann in der Formation getroffen haben, ist dann bei BKK im Umfeld von Johnny Winter und haben dann auch von 93 bis 98 BKK II mit ihm partnerschaftlich gegründet. Die Sargfabrik ist aus der Zeit. Und dann ist es auseinandergegangen, BKK III ist entstanden und eben Buhl. Und Buhl hat dann eigentlich anfänglich mit kleineren privaten Aufträgen, wie es üblich ist, sich so über Wasser gehalten, haben aber sehr früh dann im Kabelwerk einen Wettbewerb gewonnen, haben dort mehrere Bauteile realisiert und haben im Laufe der Zeit einiges an Wohnbau gemacht und da einige, sozusagen hauptsächlich über Wettbewerbe die Aufträge bekommen. Axel Linnemeyer hat gemeint, sie bevorzugt gewinnen sie Wettbewerbe, die sie allein machen. Und die Preise, die sind relativ umfangreich, ich wäre nur bei den letzten, der vielleicht dann bemerkenswert ist, ist das für das Neunerhaus, hat es einerseits den Bauherrenpreis gegeben, was jetzt vielleicht mehr die Bauherrschaft betrifft. Und heuer haben sie für dasselbe, für das Neunerhaus, den Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit gekriegt. Bekannt ist auch der Herr Nalser-Durm, der ist ja prägnant. Ich glaube, ihr habt ja einen Preis gekriegt, Aluminiumpreis oder so. Es gibt ja für sehr viele mittlerweile Preise. Ich möchte jetzt über das, was Sie gebaut haben, was Sie dazu eventuell denken, oder wie Ihre Haltung ist jetzt weniger, sagen, du würd ich ja bitten, dass ihr selbst euch den Vortrag macht. Danke. Probier's einfach. Du bist schon. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung, danke fürs Hiersein. Wir zeigen heute nicht unbedingt nur aktuelle Projekte oder Projekte, an denen wir derzeit im Büro arbeiten, sondern einen kleinen Querschnitt über die letzten 20 Jahre. Es ist unerlässlich, die Geschichte, auch die eigene, immer wieder neu zu schreiben, im Blick zurück Neues zu entdecken oder Überflüssiges einfach zu vergessen. Die eigenen Projekte und deren Inhalte mit zum Teil großem zeitlichem Abstand neu zu lesen und kritisch zu hinterfragen, inwieweit sie für ein weiteres Tun noch Bestand haben. Das heißt, die Projekte, die wir zeigen, unterliegen jetzt nicht einer chronologischen Reihenfolge, sondern sind eher mit thematischen Zusammenhängen verbunden. Das heißt, wir haben sehr viel reflektiert in Vorbereitung des Vortrags. Sie müssen aber nicht eine Familienaufstellung erwarten. Beim ersten Projekt geht es auch sofort wieder um die Geschichte. Das heißt, wir haben gemeinsam mit Manfred Schenegl eine Ausstellung kuratiert und auch die Ausstellungsgestaltung gemacht. Da geht es um die jüngere Wohnbaugeschichte von Wien, sprich die Gemeindebauten zwischen 62 und 75. Ich glaube, es war die letzte Veranstaltung im mittlerweile abgerissenen Harry-Glück-Bau in einem fantastischen Raum, das ehemalige Papierlager im Untergeschoss. Wir haben in der Ausstellung Bohnsiedlungen eigentlich aus dem 21. und 22. Bezirk, aus 60 bis 70, präsentiert, wo wir versucht haben, mit Hilfe von zeitgenössischen Fotografien, mit Filmen, einen unverstellten Blick auf die Siedlungen jener Zeit zu machen, die Qualitäten in Erinnerung zu rufen, die Siedlungen aus der Zeit des sozialen Städtebaus vor dem Vorhang zu holen, auch um gegen die mediale Desavouierung und der meist unreflektierten Kritik aus Fachkreisen einen Kontrapunkt zu setzen. Die Fotografen haben ganz unterschiedliche Ansätze gehabt. Die Hertha Hurnas hat sich den Siedlungen eigentlich in erster Linie aus den parkähnlichen Grünräumen genähert. Der Stefan Ohler hat eigentlich sehr, sehr abstrakt eigentlich nur auf die tatsächlichen Architekturen fokussiert. Und der Wolfgang Thaler hat sich eigentlich den Siedlungen von außen genähert und ihre städtebauliche Einbindung dokumentiert. Die vierte Künstlerin war Melanie Hollaus, die eine zwölf Meter breite Dreikanal-Videoinstallation präsentiert hat, in der sie einen Bogen gespannt hat von historischen Informationsfilmen über Alltagssituationen der BewohnerInnen jener Zeit bis hin zu den aktuellen Zuständen in den Siedlungen. Im Sommer darauf haben wir dann in einem eigens errichteten Pavillon noch die Ausstellung einmal wiederholt in der Bezirksverstehung im 22. Bezirk. Ja, über das Objekt in der Rathausstraße, das Rechenzentrum, kommen wir zu einem unserer Wettbewerbbeiträge arbeiten. Und man kennt das, also wir haben es vorgesehen, es steht ja dort jetzt der Harald Glückbau, ich sage mal ein kleines Monster, nicht ganz unsympathisch, aber auch nicht wirklich sympathisch. Wurde inzwischen schon abgebrochen, es war ein Wettbewerb für ein Stadthaus. Stadthaus bedeutet Bürohaus mit zusätzlichen Nutzungen, vor allem im Erdgeschoss, Geschäfte, Restaurant und ein Supermarkt im Untergeschoss. Die Situation war ja folgende, es hat eine Studie gegeben dort, was man dort errichten kann, was sinnvoll ist. Es wurde auch reflektiert, dort eventuell ein Hochhaus hinzubauen. Uns war eigentlich von Anfang an relativ schnell klar, dass ein Hochhaus dort nicht den Platz haben sollte. Also es ist nicht der Ort, um da irgendwas in die Höhe zu treiben. Vielmehr sollte man relativ sensibel mit den Strukturen dort umgehen, die vorhanden sind. Es gibt ja das Rathausquartier mit einem Raster, man sieht da rechts jetzt eigentlich, wie wir das umgesetzt haben, also aufnehmend diese Linien der vorherrschenden Blockrandbebauung und eben formend einen Baukörper, der als Hybrid zwischen Block und Solitär sich da eigentlich hineinsetzt. Thema für uns war, was man eigentlich jetzt der Stadt geben kann und deswegen haben wir uns entschieden, hier hinten diese Zone aufzuweiten. Es war ja so, dass das Gebäude jetzt im Bestand relativ weit da rein steht und noch dazu RK-förmige Vorbauten hat. Das wollten wir zurücknehmen, eben hier zugunsten des Außenraumes den Innenraum eigentlich verkleinern. Es war so, dass im Wettbewerb dann ja ein Projekt gewonnen hat, das Adrien im Gebäude angeordnet hat. Wir haben aber gleich darauf verzichtet, weil wir das eben lieber den Außenraum geben wollten. Man sieht hier die Erdgeschosszone, also diese platzartige Erweiterung, die Zugänglichkeit hier gelb von allen Seiten und dann eben diese Sondernutzungen, Geschäft und Restaurant an den Ecken. Da sieht man rechts diesen Innenraum. Die Geschosse eben bestimmt vom Einzug, der den Straßenraum vergrößert. Klare Struktur für ein Bürohaus optimal gegliedert. Das lässt sich da drinnen alles machen. Und das war auch das Konzept, eben eine tragende Außenwand mit Stützen mehr oder weniger zu machen. Wir haben das statisch bearbeitet mit Werkraum Wien, sodass eigentlich möglichst wenig Stützen im Inneren die Flexibilität und die Nutzbarkeit des Gebäudes beeinträchtigen. Das strickt sich doch nach oben. Ab 25 Meter, das ist ja die vorherrschende Höhe, dort im Rathausquartier wird das Gebäude zurückgestaffelt und es finden eben dann in Staffelgeschossen wiederum die Nutzungen ihren Platz. Da sieht man, wie das dann von außen aus gesehen hätte. Gewonnen hat ja ein anderes Projekt mit einer zweigeschossigen Sockelzone, die eben verschiedene Richtungen aufnimmt und vor allem dem Gehsteig und dem Straßenraum Platz gibt. Darüber kommen dann die Bürogeschosse mit dieser Stahlbetonkonstruktion und dann staffelt es sich zurück. Da sieht man jetzt diese platzartige Erweiterung im Verlauf der Rathausstraße. Und diese Erweiterung, die dient jetzt nicht nur dem Nachbargebäude, dass es da mehr Platz und Luft hat, sondern kommt natürlich auch dem Gebäude selbst zugute. Ich glaube, ich kann eben die Pfeile auch. Okay. Ja, das geht so auch. Das nächste ist ursächlich natürlich mit dem ersten Projekt verbunden, mit der Ausstellung, das wir seit einigen Jahren eigentlich an den Siedlungen der 50er, 60er Jahre, 70er Jahre eigentlich in Wien forschen, gemeinsam in dem Fall mit Manfred Schenegl und mit Isolde Reieck von Reieck-Barusch. Der Titel sagt es schon, hier bei dieser Forschungsarbeit ging es darum, inwieweit die Stadterneuerungsmittel, die eigentlich seit Jahrzehnten in der konsolidierten Stadt aufgewendet werden, in einem nächsten Schwung eigentlich den 60er, 70er Jahren Siedlungen zugute kommen könnten, nachdem die konsolidierte Stadt ja eigentlich fertig saniert ist. Sprich, inwieweit gäbe es hier Bedarf, inwieweit gibt es Nachbesserungsbedarf in diesen Siedlungen. Wenn man den Betrachtungszeitraum von 1945 bis 1979 sich ansieht, dann geht es hier immerhin um einen Bestand von fast 135.000 Wohnungen. Nach einer sehr detaillierten Bestandsanalyse einerseits und gleichzeitig einer vom SORA-Institut durchgeführten Sozialraumanalyse und einer begleitenden Befragung hat sich relativ schnell gezeigt, dass in den Siedlungen, in dem Fall speziell die BAUP in Hanson-Siedlung, sehr, sehr hohe Wohnzufriedenheit herrscht. Das heißt, das zeigt sich auch daran, dass eigentlich über 55 Prozent seit Errichtung der Siedlung immer noch dort wohnhaft ist. Es hat sich auch gezeigt, dass es dabei weniger um eine bauliche Sanierung geht in den Siedlungen, sondern eher um eine infrastrukturelle Erneuerung, eine infrastrukturelle Verbesserung. Ich möchte jetzt nur ganz kurz zwei Beispiele aus dieser Studie herausnehmen. Das eine betrifft den Bildungssektor. Die beiden ansässigen Schulen links oben im Holle-Zentrum, die Bichlmeiergasse bzw. der Campus Wendstadtgasse, sind in der Qualität der Bildungseinrichtung unbestritten. Das heißt, die sind sehr, sehr angesehen, auch in der Stadt. Gleichzeitig ist die VHS-Musikschule und dergleichen im Olof-Palme-Hof auch ein sehr, sehr belebter und beliebter Mittelpunkt oder Punkt in der Siedlung. Was absolut hinterherhinkt, ist die Quantität der Bildungseinrichtungen. Vor allem, wenn man das immer im Vergleich auf Gründerzeit bzw. auf das gesamte Stadtgebiet betrachtet. Insofern wäre es beispielsweise jetzt unserer Meinung nach durchaus sinnvoll, den Wendstadt-Bildungscampus eigentlich nach Süden zu erweitern, gleichzeitig in so einem Gebäudeensemble eigentlich auch die VHS zu erweitern bzw. die Einkaufsmöglichkeiten auf einen zeitgemäßen Standard zu heben. Ein weiterer Punkt, da zieht sich eigentlich auch wieder prototypisch durch alle Siedlungen in jener Zeit, ist die eigentlich mangelhafte Versorgung mit sozialer Infrastruktur. Das war einfach damals nicht Stand der Technik, nenne ich es jetzt einmal. Sprich, es gibt eigentlich dezidiert keine Gemeinschaftsflächen. Es gibt, wann es Fahrradabstellräume der Waschküchen gibt, das gibt es an diesem versenkten Untergeschoss, aber alles nicht am Stand der heutigen Zeit. Insofern wäre es unserer Meinung nach durchaus sinnvoll, mit subtil eingefügten Infrastrukturbändern, wie wir sie nennen, eigentlich Gemeinschaftsflächen und Allgemeinflächen anzubieten, um das gemeinschaftliche Leben in diesen Siedlungen wieder nachhaltig zu verbessern und zu erleichtern. Was sich auch gezeigt hat, ist, dass eigentlich massive bauliche Maßnahmen in diesen Siedlungen unserer Meinung nach weder politisch noch städtebaulich nachvollziehbar wären. Diese Siedlungsräume aus rein ökonomischen Gründen nachzuverdichten und deren Qualitäten nachhaltig zu zerstören, kann nicht Ziel einer heutigen Stadtplanung sein. Verbesserungen und Verdichtungen sind durchaus notwendig, aber wandern unserer Meinung nach durchaus entweder in den Zentrumsbereichen beziehungsweise an den Rändern. Es wäre durchaus sicher nachvollziehbar, den vollkommen überdimensionierten Bereich der Favoritenstraße mit baulichen Strukturen zu redimensionieren. Wenn wir von Rändern sprechen, dann sprechen wir auch gleich vom Iberisweg. Das ist der Rand von der Rennbahnweg-Siedlung eigentlich. Die Rennbahnweg-Siedlung sieht man ganz am linken oberen Ende. Das sind so bauliche Strukturen aus den 70er, 80er Jahren. Und unsere Aufgabe war eigentlich, die Widmung war klar, eigentlich den letzten Baustein an diesen 80er Jahre Siedlungen zu setzen. Der Neubau schließt eigentlich gemeinsam mit den Bestandsbauten umschließt zu einem mehr oder weniger halböffentlichen Hof. Typologisch ist es eigentlich ein sehr, sehr kompakter Baukörper mit durchgesteckten, überwiegend durchgesteckten Wohnungen und mit Erschließungsbereichen, die sehr tief in den Baukörper eingreifen. Alle Wohnungen sind klarerweise mit individuellen Freibereichen versorgt. Und dabei haben wir versucht, eigentlich die Hierarchie der Geschosse ein wenig aufzubrechen. Das heißt, die Qualität der Freiräume nimmt von oben nach unten hin zu. Das heißt, die Freibereiche werden von oben nach unten größer in Fläche, Höhe und Anzahl. Ja, einer der Bauträgerwettbewerbe, die wir gewinnen konnten, so wie Werner vorhin sagte, machen wir besonders gerne Wettbewerbe, wo wir keine Gegner haben. Das war einer. Wir konnten ihn gewinnen. Helmut Wimmer hat damals vor der Jury-Sitzung gesagt, wir können uns nur selber schlagen. Es ist uns nicht gelungen. Ganz alleine waren wir aber nicht. Es war eine Zusammenarbeit mit Patricia Zatschek, Architektin, und mit Gerner Gerner Plus. Es waren neun Einzelobjekte, städtebaulichen Ordnung zusammengefügt. Jeder der Architekten-Teams hat drei Gebäude bearbeitet. Vielleicht zum Wettbewerb. Es war ein Wettbewerb, der unter dem Thema Wohnsicherheit ausgeschrieben war. Und es hat einen Bebauungsplan gegeben, der eigentlich im vorderen Bereich diese 1, 2, 3, 4, 5 Einzelhäuser schon vorgesehen hat. Im nördlichen Bereich jedoch eher eine geschlossene Bebauung, also ein Baufenster für eine langgezogene Bebauung vorgesehen hatte, um eben den Lärm dieser Straße für die Wohnquartiere, also von den Wohnquartieren abzuschirmen. Bei der Besichtigung war es gleich klar, dass diese Gernerstorfer Straße nicht jetzt der Verkehrsträger ist, der da eine große Belästigung für die hinteren Quartieren darstellen würde. Und vor allem war uns das ganz fremd, eben diesen vorderen Bereich durch eine zeilenartige Bebauung da von dem Hinteren abzutrennen. Deswegen das Übernehmen der vorderen Struktur auf die hinteren Baukörper und eben diese Anordnung von neuen Gebäuden. Es war aber so, dass dadurch der Platz relativ eng war und teilweise sich Abstände bei Gebäuden sehr zwänglerisch darstellten, also zu eng waren. Und deswegen haben wir in diese Ordnung der quadratischen Baukörper einen Runden eingewoben, der, man sieht es hier noch einmal, eben gerade bei diesen Überlappungsbereichen den Stadtraum für mehr Platz und Freiheit gibt und auch den Bewohnern natürlich Blick und Sicht und Licht zukommen lässt. Man sieht hier diese drei weißen Gebäude. Das sind die von uns geplanten. Zwei über rechtdäckigen Grundriss und dieser Runde. Thema war ja dort auch, eben wie schon erwähnt, die Wohnsicherheit. Wir haben das eigentlich so aufgefasst, dass wir das natürlich nicht im technischen oder sonst irgendwie Equipment da sicherstellen wollten, sondern einerseits eben diese freie Einsichtbarkeit der Außenräume, das Anheben der Erdgeschossniveaus und eben kein Anordnen von Eigengärten, sondern diese Außenräume sind eben der Allgemeinheit zugänglich, also zugänglich oder kommt der Allgemeiner zugute und wird nicht besetzt von jetzt irgendwelchen Kleingartenbetrieben und Zäunen mit Hecken. Man sieht hier das Eckegebäude. Das runde Gebäude hat natürlich einen Sonderstatus dort eingenommen. Wir haben lange überlegt, wie man es eigentlich erschließt. Es war dann irgendwie relativ schnell klar, dass man in ein rundes Gebäude auch von unten reinkommen muss, um das nicht im Erdgeschoss zu zerstören. Man sieht hier jetzt den Eingang. Man kommt in diesen, die Tragtiefe war natürlich relativ groß und deswegen entwickeln sich die Wohnungen da rund um ein rundes Atrium. Man sieht es hier, es ist geschossweise, sind diese Erschließungsgänge versetzt, also haben unterschiedliche Tiefe. Man sieht es dann auch in den Grundrisse noch. Das geht darum, dass wir einen Wohnungsmix unterbringen mussten und das haben wir nicht jetzt am Geschoss gemacht, sondern in den übereinanderliegenden Geschosse haben wir das geschafft. Die Treppenanlage, die sich da durchstrickt, und das ist halt wirklich ein extrem offener, heller Raum und das hat wieder was auch mit der Wohnsicherheit zu tun, mit dem Wohnsicherheitsgefühl, dass man halt im Stiegenhaus immer die Geschosse zwischen Geschossen kommunizieren kann und immer einen Überblick hat über diese Wohngemeinschaft. Das sind Bilder. Auch in den eckigen Bauteilen gibt es solche Atrien, die ein bisschen kleiner sind, aber auch eben diese über die Geschosse hinweg kommunizieren. Speziell bei dem runden Gebäude ist eigentlich die Grundrisstypologie vorher schon angedeutet. Das ist eigentlich etwas, was uns bei vielen unserer Wohnbauten irgendwie beschäftigt, nämlich was man den Wohnungen noch zusätzlich geben kann, aber natürlich vor allem aus der Situation heraus. Man sieht hier jetzt ein Geschoss dargestellt mit drei Zimmerwohnungen, also der Wohnraum, der relativ tief in das Gebäudeinnere führt, Nasszelle und die Individualzimmer. Und eben um diese Tiefe eigentlich irgendwie besser zu bewerkstelligen oder zu entschärfen, haben wir uns entschieden, eigentlich hier einen dreigigen Luftraum anzuordnen. Dieser Luftraum dient jetzt wieder dazu, dass die oberen Geschosse kleiner gehalten sind, also die Wohnungen, sie rücken auch zurück und es gibt eben diesen dreigigen Luftraum. Daneben sieht man eben das Bild, dass da die Wohnung sich da einmal zweigeschossig erhöht mit einem halb angehobenen Fenster, so dass das Licht eben tief in den Raum nach hinten hineinfällt. Solche Spielereien und Wohnungstypologie Typologien, das, wie gesagt, beschäftigen uns sehr häufig. Ein anderer Bauträgerwettbewerb, den wir gewinnen konnten, in der Erzherzog Karlstraße, in der Donaustadt, die Situation war folgende... Da haben wir sogar Gegner gehabt. Mit Gegner, ja. Pulverisiert haben wir die. Entschuldigung, ich drücke immer falsch. Die Situation war der folgende, dass wir eben an der Erzherzog Karlstraße eine Straße vorgefunden haben, die extrem verkehrsbelastet ist. Das heißt, dass hier in diesen lang gestreckten Baukörper, wo die Straße davor fährt, eine extreme Lärmbelästigung war. Zusätzlich war das so gegeben, dass hier aber die Südseite des Gebäudes ist. Nach langem Hin und Her haben wir uns überlegt, dass wir über eine Mittelgangerschließung Wohnungen anordnen und erschließen, die keine Schlafzimmer nach Süden hinaus, zur lauten Straße haben, sondern alle Schlafzimmer nach Norden hin, also zum ruhigen Innenhof. Man sieht hier schon im Schnitt, wie das aufgebaut ist, also immer ein Mittelgang mit einer Art Split-Level-Konfiguration in einem System. Da sieht man jetzt, vielleicht muss ich aber jetzt noch vorher was anderes erklären. Solche Sachen gehen natürlich jetzt irgendwie auf das Gebäudevolumen. Wir haben teilweise Raum gebraucht, vorne eineinhalbgeschossige Wohnräume situiert und hinten eben die Schlafzimmeräume. Und um diesen zusätzlichen Kubatur zu erzielen, haben wir den Trick der Giebeldrehung angewendet. Das heißt, dass eigentlich jetzt der Giebel, das ist die Traufhöhe und der Giebel ist eigentlich in so einer Form angeordnet. Das war damals noch möglich, damals hat es die 50 Quadratmeter Beschränkung noch nicht gegeben. Und dadurch haben wir eigentlich dort mehr Kubatur erzeugen können. Und diese Kubatur haben wir aber nicht im Sinne des Investors ausgenutzt, sondern, also schon auch, aber hauptsächlich im Sinne der Bewohner, die eben jetzt zu Wohnungen gekommen sind, die über Mittelgänge erschlossen und die Wohnräume nur eineinhalbgeschossig nach vorne raus haben. Vielleicht das System, es ist ein Basismodul, das ist das eine Basismodul, die Mittelgangerschließung in gelb. Man betritt die Wohnung, es ist eine Maisonette, mit einem Individualzimmer, Garderobe, WC, dann geht es nach unten und unten ist eben hier dieser Wohnraum, der sich in diesem Bereich über eine eineinhalbfache Geschosshöhe erfreuen kann. Hinten wieder das Schlafzimmer und dann gibt es den zweiten Typus. Also man sieht hier schon die Schlichtung, eben dieser Mittelgang mit der Maisonett-Wohnung, zweimal nebeneinander und drüber eineinhalbachsig ein Wohntypus, der von hier begangen wird, oben die Individualräume hat und vorne quergelegt den Wohnraum. Man sieht das hier nochmal. Mittelgang, Eingang in einen abgesenkten Bereich, man kommt hoch, Wohnraum eineinhalbgeschossig, dann geht es hoch auf diese Empore, wo die Küche situiert ist und hinten zwei Individualzimmer. Da sieht man das eigentlich, wie das räumlich funktioniert. Das ist die Wohnung, die sozusagen vom Mittelgang reinkommt. Man ist ein halbes Schoss drunter, kommt in den Wohnraum, geht dann noch einmal hoch, Kochbereich, der da oben angeordnet ist und dahinter die Individualzimmer. Und das ist jetzt der Typus mit der Maisonette, wo man sieht, wie sich dann jetzt von der anderen Wohnung noch diese halbgeschossige Stiege hier reinspielt. Das System wurde dann noch weitergeführt. Der lange Mittelgang ist natürlich schon auch ein Problem. Die Stiegenhäuser sind so geangeordnet, dass da immer Licht hineinkommt in die Mittelgänge beziehungsweise da, wo es nicht möglich war, wird es von oben belichtet. Aber diese Länge waren es dann doch zu lang und deswegen hat man das noch einmal ausgenutzt und hat da eigentlich eine Wohnung ein bisschen angehoben, keine Nutzwäsche verloren. Das heißt, dieser eigentlich quergelegte Wohnraum kriegt noch einmal eine Anhöhung. Der Essplatz ist oben bei der Küche und da wird über so eine Art Trichter das Licht zum Mittelgang. Man sieht das jetzt von innen. Da zeichnen sie natürlich jetzt wieder diese Treppen der Wohnungen ab und man sieht, wie da das Licht hereinkommt in den Mittelgang. Stiegenhäuser sind auch ein Thema, das müssen wir sehr gern bearbeiten. Da eben Licht von oben, auch Materialität, Farbe, das ist immer eine spezielle Herausforderung für uns. Ja, und dann vielleicht noch kurz zu dem Erscheinungsbild. Die Lodgen, eineinhalbgeschossige Lodgen hier angeordnet und beim Wettbewerb waren das Pflanzentröge, deswegen auch dieser Zickzack ursprünglich, um eben diesen Pflanzentrögen die natürliche Bewässerung zukommen zu lassen. Pflanzentröge sind weggespart worden und das Zickzack ist geblieben. Ja, so steht es jetzt von der anderen Seite da und dann kommen wir vielleicht, weil es typologisch ganz gut passt, zu einem weiteren Wohngebäude, auch im 22. Bezirk in der Oberndorfstraße. Man sieht hier eigentlich wieder der gleiche Trick mit dieser Giebelfläche, dadurch Kubertur erzeugt, die dann eigentlich den Wohnungen zugute kommt. Nämlich hier in dieser Form, es ist ja fast wie eine Spender-Typologie. Man sieht hier die Stiegenhäuser, vorne mehr Spender, dann eigentlich ein halber Spender mit einem angesetzten Laubengang mit Meisernett-Wohnungen. Und ausgehend von dieser Erschließung der Spender-Typologie entwickeln sich hier Wohnungen, die immer höhere Wohnbereiche haben und niedrigere Individualbereiche. Im Wettbewerb war das 240 und 285, hat sich dann auf 250 und 285 in der Ausführung eingependelt. Man sieht hier, dass eben dieser Wohnraum 285 hoch und dann noch die Treppe hoch, zwei Stufen hoch hat, auf der 250er Geschosshöhe, wo dann eigentlich die Individualräume angeordnet sind. Die Wohnungen sind durchgesteckt, was uns auch, also wenn möglich, immer machen wir das immer, weil es eben eine ganz andere Qualität hat in der Wohnung, wenn sie zweiseitig belichtet ist. Ja. Bei diesem Projekt hat uns, das ist nur ganz kurz wegen der Typologie, weil es irgendwie eine ganz lustige Typologie ist, hat uns eigentlich die Flächenwidmung beziehungsweise die städtebauliche Konfiguration zum Nachdenken gezwungen. Die Widmung hat also ein vollkommen wirres, polygonales Baufeld ausgewiesen, vielleicht sagst du kurz auf dem Ding, und gleichzeitig rücken das Nachbargebäude extrem nahe, die sind alle extrem hoch und rücken relativ nahe an den Gebäuden, an den Baukörper heran. Insofern haben wir dann darauf reagiert und haben gesagt, wir ordnen eigentlich die Individualräume am Ende dieses Baukörpers an und stecken eigentlich rund um die Dreispinnerschließung die Wohnräume durch und je nach Lage und Situation sind dann vor diesen Wohnräumen auch noch die entsprechenden Lotschen angeordnet. Passt auch in die Typologie, also in diese in dieses Thema der Sonderwohnformen oder heute verbesserten oder erweiterten Wohnformen Wohnbau Ostareal Otto-Wagner-Spital Da hat es ja die Geschichte ist vielleicht bekannt hier ist ja dieses Gebäude des Anstoßes die Wamed wie die errichtet wurde hat es einen großen Aufschrei in der Anrainerschaft gegeben und in der ganzen Stadt vor allem weil dann bekannt wurde dass über dieses sogenannte Ostareal des Otto-Wagner-Spitals man sieht hier die Kirche am Steinhof hier die Pavillons da hat es einen Aufschrei gegeben weil eben bekannt wurde dass hier in diesem Ostareal ungefähr 700 Wohnungen errichtet werden sollten worauf dann das lange durch die Medien gegangen ist der Herr Bürgermeister hat es dann sozusagen rückabgewickelt und diese Pläne sind in den Reiswolf gekommen es wurde eine Expertengruppe gegründet die dann städtebaulich überprüft hat beziehungsweise erarbeitet hat wie mit diesem Ostareal umzugehen ist das ist das Ergebnis dieses Expertenverfahren man sieht hier diese 1, 2, 3, 4 oder mehreren Baufeldern quadratisch angeordnet und auf diesen Baufeldern waren unter Rücksichtnahme des Baumbestandes man sieht das hier zum Beispiel waren die Gebäude zu entwickeln es war dort relativ großer oder es ist ein relativ großer dichter Baumbestand und eben diese Bebauung sollte Rücksicht nehmen es wurde natürlich auch heruntergezohnt und es sind anstatt der 700 Wohnungen jetzt denke ich nur mehr 150 Wohnungen werden dort errichtet dass eine Maßnahme notwendig war oder ist das ist uns schon bewusst weil dort eigentlich ja so durch das Freie des Areals so wie es jetzt ist ein gewisser Wildwuchs stattgefunden hat der das eigentlich dieses doch sehr schöne Areal irgendwie zerstört hat wir haben da eben zwei ich will aber jetzt nur kurz gar nicht auf das Projekt eingehen sondern eher auf die Wohnungstypologie die wir dort zur Anwendung bringen wir haben eben diese zwei Gebäude dort in Planung und haben uns wieder jetzt anhand der Grundriss Konfiguration des Freihaltens dieser Zonen für die Bäume Bestandsbäume sind wir eben zu einem kreuzartigen Grundriss gekommen wo sich die Wohnungen übereinander anordnen und eben der Wohnungsmix war dann wieder ein Thema so dass wir jetzt eben in einem mittleren Geschoss die B-Typen anordnen das sind die Kleinwohnungen und darüber gibt es dann beziehungsweise darunter die größeren Wohnungen der C-Typen und um diesen Wohnungen wieder etwas Spezielles zu geben haben wir uns entschlossen hier diese Geschosse zwei diese Zonen zwei Geschosse also eineinhalb Geschosse beziehungsweise das obere um 50 Zentimeter höher zu machen so dass man dann mit einer Treppe gut heruntergehen kann und dann einen höheren Wohnbereich erhält das funktioniert sehr gut es ist im Bau also man kann das jetzt schon rohbaumäßig überprüfen und hat wirklich eine schöne Wirkung so wird sich das Gebäude dann darstellen am Anfang war es im Klinker geplant das ist leider der Kostenschere zum Opfer gefallen was wirklich sehr schade ist man sieht hier da war Rendering noch zu Zeitpunkt vor der Ausschreibung wie da in dieser doch sehr dichten bewaldeten Situation die Gebäude drinnen stehen hätten sollen also im Klinker der Herr Nahlser wurde schon angesprochen wir haben noch wie soll man sagen nachdem der Verkauf an die neue Heimat erfolgt ist mit durchaus vehement mit ihnen diskutiert ob nicht in diesem Bürohaus auch Wohnungen Platz finden sollten vor allem um in der bürofreien Zeit eigentlich auch ein bisschen ein Leben ins Haus zu kriegen und ein Leben in der Stadt weil das so relativ gut sichtbar ist zu haben insofern ist jetzt von 9, 10, 11 also von den Geschossen 9, 10, 11 wurden Wohnungen implementiert was dazu sagen ist ich glaube wir haben schon wesentlich schwierigere Aufgaben gehabt als an so einem exponierten Ort Wohnungen entwerfen zu dürfen noch dazu bei einer Geschosshöhe von 3, 50 einer Raumhöhe von 2, 80 ist man eigentlich von vielen vielen Sorgen die man sonst im Wohnbau hat eigentlich befreit man sieht es hier relativ geringe Tragttiefe rund um den Hochhaus Kern und man hat wie erwähnt vollkommene Freiheiten was die Haustechnik oder Wärmedämmung oder sonst irgendwas betrifft das heißt es sind da vier bzw. drei Wohnungen pro Geschoss entstanden die sich jeweils nach zumindest zwei Seiten orientieren die Bäder sind fast alle an der Außenseite und belichtet die Wohnräume werden in erster Linie durch tief in den Baukörper gezogene Lodgen strukturiert das ist dann noch die das elftige Schoss wo im oberen Bereich die Haustechnik angeordnet ist und die rechte Wohnung die ist wirklich weltklasse muss ich sagen das ganze Wien Panorama vor dir und ja es das ist aus diesem Badezimmer raus das lässt eigentlich kaum was zu wünschen übrig wie gesagt das war schwer da irgendwas zu verbocken eigentlich in den Bürogeschossen war für uns eigentlich dann die Herausforderung wie kann man diesen klassischen klaustrophobischen Inengang der klarerweise die Büroräume schließt eigentlich verhindern wir haben das einerseits klarerweise durch relativ transparent gehaltene Trennwände zwischen den Einzelbüros und den Gängen erreicht aber auch zusätzlich dass wir an strategischen Punkten eigentlich mit Spiegelflächen gearbeitet haben und genau diese Spiegel erweitern jetzt eigentlich permanent diesen Raum also man kann selbst wenn man hinten im dunklen Bereich ist sieht man eigentlich vorn wieder auf dem Gürtel raus und also es ist ein richtiges sehr belebtes Innenleben sozusagen und es hat meines Wissens nach bis jetzt nur eine einzige blutige Nase gegeben und es zieht sich diese Raumerweiterung mittels Spiegel zieht es eigentlich bis in die Erschließung beziehungsweise bis in die Tiefgaragen Einfahrt runter wo selbst da eigentlich permanent Ausblicke und Einblicke quer durchs Haus möglich sind Ja vielleicht noch ein bisschen was zum Äußeren des Gebäudes es war ja dort zu einem Zeitpunkt also es war ein Wettbewerb kann man auch erwähnen es war so dass die Widmung dort sich ändern hätte sollen weil ja die Bestimmung des Zwei-Stunden-Schattens gekommen ist das heißt Hochhäuser dürfen nicht mehr als Zwei-Stunden-Schatten werfen an die Nachbargebäude und das ist kurz davor gestanden es hat ja einen Bebauungsplan gegeben einen gültigen und deswegen wollte die Stadt Wien bevor man da was errichtet unbedingt einen kleinen Wettbewerb es waren glaube ich drei Teilnehmer wir haben das gewinnen können und es war das Thema wie man die Baukubertur die dort gewünscht ist oder auch im städtebaulichen Plan zulässig ist also im Bebauungsplan wie kann man die möglichst schonend eigentlich dort unterbringen es ist dann alles über Paragraf 69 eigentlich passiert es war so dass wir die Erker-Kubatur zusammengefasst haben in dieser Zone und da hoch an das Gebäude Richtung Süden angelegt haben um dann den Belichtungen eigentlich dieser Seitenstraße zu gewährleisten wurde das Haus dann unter 30 Grad zurückgeschnitten um dann die Kubatur die man da verliert wieder irgendwie hereinzuholen haben wir dann ab einer gewissen Höhe das Gebäude an den Gürtel also in den Gürtel rausgeschoben dadurch das war so ein Spiel von Kubaturen von Abschneiden Belichtungsbedingungen und natürlich war es auch formal räumlich geprägt die Arbeit das ist dann rausgekommen und wie schon erwähnt wurde war ja der Grundriss so dass der Kern unheimlich viel Platz in Anspruch genommen hat es ist ein doppeltes Stiegenhaus drinnen Druckbelüfter und die ganzen technischen Anlagen es bleibt sozusagen nur eine sehr geringe Fläche für die eigentliche Nutzung über und um das nicht nur einmal zu beeinträchtigen haben wir uns entschieden hier eine tragende Fassade anzuordnen das heißt die Stützen in die Fassadenebene zu bringen nicht in den Raum hineinzustellen was uns dann eben zu diesem Raster der Fassade gebracht hat und dann war dann immer die Frage ob dieser Raster nicht zu hart ist für dieses Gebäude und die Materialität ist dann natürlich die Frage der Materialität ist dazu gekommen wir haben uns dann entschieden es hat mehrere Versuche gegeben es war auch Klinker Fliesenfassade mit kleinen Mosaik Fliesen wurde in Erwägung gezogen was aber dann aufgrund des Hochhauses wieder fallen gelassen wurde und deswegen jetzt diese Aluminium Fassade und um diesen Raster den wir vorher gesehen haben diesen Gebäuderaster wieder zu brechen eine Aluminium Fassade die eine Lochung eine Struktur ein Muster aufweist das sich dann aber in einen anderen Rapport in einer anderen Rasterung mit größeren Abständen über das Gebäude drüber legt und sozusagen noch einmal eine Haut bildet über das Ganze und das Ganze nochmal irgendwo mit einem Moiré Effekt verrückt Konstruktiv ist es so oder technisch ist es so dass das eine Kassetten Fassade ist mit einer schwarzen Blech Kassette in der hinteren Schicht und davor ist ein eloxiertes gelochtes Aluminium Blech mit Schweißnietung angebracht das hat auch den Vorteil oder das haben wir dann ganz gut ausnützen können weil wir so durch diese Zweischichtigkeit der Fassade auf jede Fenster Bank jedes Attica Blech verzichten konnten weil die Abdichtung beziehungsweise die Entwässerung in die hintere Ebene also in die zweite Schicht der schwarzen Kassette hineinrinnt und noch einmal zum Bild zurück da sieht man eben dass das natürlich den wunderbaren Effekt hat dass hier eine ganz scharf geschnittene Konfiguration herauskommt also das Gebäude ohne diese Verblechungen und Abdeckungen auskommt ja das ist Hochhaus am Herrn Nalser war das und das bringt uns auch weiter zu einem weiteren Hochhaus Projekt das wir in der Schweiz in Luzern eigentlich in der Gemeinde Krienz das ist eine Nachbargemeinde von Luzern man sieht aber hier Zentrum Luzern mit der berühmten Kapellenbrücke der Vierwaldstättersee und hier eigentlich 10 oder 15 Minuten mit der Straßenbahn entfernt dieses Eichhof Areal ein Wettbewerb geladener Wettbewerb mit ich glaube acht Teilnehmern und ja die Voraussetzungen es eine alte Brauerei das ganze Areal war Brauereigebiet Eichhof Bier großer Konzern internationaler kauft die Brauerei und legt in Hälfte dieses Betriebe still hier wird noch immer Bier produziert das Eichhof Bier gar nicht schlecht übrigens und der Rest wurde verkauft an die BVK BVK die Beamtenvorsorgekasse des Karton Zürich der also ein Bauträger mit einem relativ großen Portfolio an Wohnbau und die wollen eben hier jetzt diese Wohnhausanlage errichten aber es war nicht nur Wohnhausanlage sondern im vorderen Bereich ein Studentenheim mit einer Hotelfachschule der Wettbewerb ist über das hintere Areal gegangen es hat Vorstudien gegeben bei den Vorstudien war so dass dieser Hof der eigentlich hier jetzt historisch gewachsen in der Industrieanlage immer weiter geführt wurde und hier was man auch noch sagen muss die Situation ist so dass dieser dass das ein extremer Hang ist also man hat von unten bis oben ungefähr 40 Meter Niveau Unterschied Und an diesem Hang war in der Vorstudie immer eine geschlossene Bebauung da durchgezogen mit Hochhäusern die das Ganze noch akzentuieren Beim Wettbewerb haben wir uns aber relativ schnell entschlossen eben diese durchgehende Zonierung also dieses vornhinten diesen Hang abschneiden nicht haben wollen sondern unser Ziel war eben genau diesen Naturraum diesen gegebenen Hang in das Objekt einzubinden also raus durchlaufen zu lassen deswegen haben wir die Wohnungen ungefähr 180 Wohnungen die dort errichtet werden sollen in zwei Baukörper situiert die eben sich mit diesem Hang verklammern die mit ihm spielen und umgehen man sieht das jetzt von hinten dieser obere Bereich es gibt eine Vielfalt von Zugänglichkeiten in diesen Sockelzonen es sind acht Geschosse im Sockelbereich hier weitert sich eigentlich die Erschließungszone wieder zu einer Art Atrium auf und darüber stehen dann diese Türme man sieht da jetzt nur einmal vom oberen Bereich dieses Hanges dieses Dattenberg Berges die Wohnsiedlung wie sich da die Türme davor stellen es war für uns auch ein Anlass dort vor Hochhäusern nicht zurück zu schrecken weil eben durch diese Topografie durch diese Anordnung durch diese landschaftliche Gegebenheiten das Haus also die Häuser auch nicht so rausschauen so wie eigentlich hinten dieses Hochhaus so in der freien Ebene stehen sondern eigentlich eingebettet sind in die Landschaft diese Einbettung haben wir eben noch versucht zu verstärken über diese Verklammerung mit dem Hang und über diese Vielschichtigkeit der Zugänglichkeiten hier vielleicht zur Erschließung es war ja so dass wir hier schon die ganzen Hochhausbestimmungen einhalten mussten aber andererseits in der Sockelzone die Erschließung auch die Räume hatten wir haben ja hier im Grundriss größere Traktiefen das heißt es bleiben einfach Flächen in der Mitte über um außenrum mehr Wohnraum zu schaffen und haben hier eben dieses Atrium angeordnet und um jetzt die Hochhausbedingungen zu erfüllen ist uns zugute gekommen dass wir hier aus mehreren Ebenen eigentlich Fluchtwegmöglichkeiten hatten aus dem Sockelbereich und dass ein eigenes Stiegenhaus ganz geschlossen für den Hochhausteil oben durchgeführt wird man sieht hier so ein typisches Sockel Geschoss mit den angelagerten Wohnungen hinten eine Spender Typologie jetzt leider der Grundriss nicht da wo einmal der Gang nach hinten geführt wird um dann die restlichen Geschosse zu erschließen und vorn eben rund um dieses Atrium um diese Erschließungszone angelagert die anderen Wohnungen und hier sieht man das Stiegenhaus und die Feuerwehr Lifte die durchgeführt werden durch diese Sockelzone im unteren Bereich dargestellt diese Sequenzen die räumlichen Sequenzen dieser Erschließungszone die dann hinaufführen und dann an diesem oberen Freideck eigentlich enden von hier hat man auch Zugänglichkeit vom Hang aus es ist so dass hier ein Weg führt das ist ein öffentlicher Durchgang der sich da durchschlängelt beziehungsweise hier auch die Möglichkeit hat reinkommen ins Haus und mit den Liften nach unten zu fahren also auch für Familien mit Kinderwegen für alte Gebrechliche wird es sozusagen zur Verfügung gestellt um hier eine Barriere aufzuheben und drüber entwickeln sich dann diese Wohngeschosse Hochhausgeschosse mit Wohnungen speziell war vielleicht noch zu erwähnen die Anordnung der der Lodgen also der Freibereiche und Lodgen man sieht hier immer am Eck situiert und dieser Bereich war immer abzuschließen mit einer Schiebeverglasung und der andere Bereich war freigestellt das Thema dieser versetzten Lodgen und Freibereiche hatten wir schon bei Gerersdorfer bei den eckigen Häusern entwickelt und sie wurde hier jetzt weiter entwickelt so hätte sich das Gebäude dargestellt beziehungsweise die beiden da sieht man nochmal schön wie dieser Hang eben durchläuft und da alles diesen ganzen der Anlage Raum und Luft gibt wir haben dann über ein Jahr am Bebauungsplan gearbeitet also das Projekt verfeinert das war der Bebauungsplan der wurde dann aber vom Gemeinderat leider nicht beschlossen weil es Anwohner Probleme gab und eine Bürgerinitiative ja wobei dann ein Projekt das Projekt überarbeitet wurde es wurde ein Gremium gebildet wir waren dann beteiligt bei der Neustrukturierung dieses ganzen Areals es ist auch für uns größer geworden dann wiederum nach einem Jahr wurde der Bebauungsplan dann dem Gemeinderat vorgelegt der wurde dieses Mal einstimmig angenommen aber wie schon erwähnt also gezeigt da hinten ist eine Bewohnerin die seit diesem Zeitpunkt einen Einspruch nach den anderen macht inzwischen liegt das Projekt beim Schweizer Bundesgerichtshof also der letzten Instanz und dieses Jahr Mitte Anfang Mitte dieses Jahres sollte der Spruch kommen und dann werden wir sehen ob es da weitergeht ein kurzer Ausflug nach Holland dort hat die Stadt Groningen 2007 eine Initiative zur Bebauung von vielen innerstädtischen Brachen initiiert die Stadt ist und war eigentlich offen immer für Neues und auch für neue Player eigentlich insofern haben sie damals ausländische Architekten eingeladen sich um jeweils ein Grundstück eigentlich Gedanken zu machen das Auswahlkriterium war eigentlich neben einer großen Erfahrung im Wohnbau eigentlich nur dass man als Architekt bis dahin in Groningen noch nichts gebaut haben durfte das Grundstück liegt direkt an einem Kanal in guter innerstädtischer Lage das ist dieses mittlere Grundstück hier vorgesehen sind dort an die 100 Wohnungen ein Universitätsinstitut mit 1000 Quadratmeter 2000 Quadratmeter Karaschierung klarerweise und ein Teil ist Geschäften vorbehalten die Bebauungsvorschriften sieht man rechts oben ein bisschen schwach also sprich am Kanal am Wasser waren maximal drei Geschosse erlaubt und an der Straße maximal fünf wir haben aufgrund dessen eigentlich eine vier Grundmodule für Einfamilienhäuser entwickelt das sieht man im oberen Bild unterschiedlichste Größe die haben wir dann eigentlich zu einem Art Teppich eigentlich verbunden der jetzt das ganze Grundstück einnimmt und diese poröse Schicht haben wir dann an den Rändern hochgehoben und wie man an den rechten Schnitten sieht eigentlich die Sockel Nutzungen eingeschoben sprich das UMCG ist das so schön heißt das Universitätsinstitut die Karaschierung findet dort Platz beziehungsweise die geforderten Geschäftsflächen das heißt es entsteht durch diese abgehobene Wohnschicht eigentlich so ein Zwischenraum der jetzt eigentlich für einerseits für die Erschließung dient der Kinderspülbulus ist dort die Fahrradabstellräume die Räume der Hausgemeinschaft Kaffeehäuser Fitnessräume und dergleichen die finden eigentlich jetzt in diesem durchaus offenen und natürlich belichteten Gewebe auf dem Sockel aber unter der Wohnbebauung Platz bei diesem Wettbewerb haben wir dann aus gänzlich anderen Gründen auch mit verdichteten Flachbau gearbeitet das ist in Mainz eine sehr sehr florierende Universitätsstadt das Grundstück liegt eigentlich mehr oder weniger zentral auf einem Hügel am Rande des Hartenberg Parks man sieht da noch ein Schulgebäude aus den 60er Jahren das noch intensiven Diskussionen aus unsanierbar eingestuft wurde und abgebrochen wird das heißt das ist das ehemalige Schulgrundstück bietet jetzt eigentlich den Raum und den Platz für ca. 25.000 Quadratmeter BGF die umgebende Struktur ist sehr heterogen auf der Ostseite des Areals sieht man eigentlich eine sehr sehr undichte Einfamilienhaussiedlung am unteren Bildrand im Süden existiert eine Siedlung aus den 70er Jahren mit Zeilenbauten und relativ kräftigen Türmen das Spezielle bei dem Wettbewerb war allerdings man muss fast sagen es ist typisch deutsch dass diese Rechtecke die da oberhalb vom Grundstück sichtbar sind das sind Kinderspieleinrichtungen Kinderseil bauen Minikolf bauen und so und darum habe ich gesagt typisch deutsch weil in Deutschland gibt es ein Gesetz dass der Freizeitlärm strenger einzuschätzen ist als der Straßenlärm das heißt von diesen Freizeiteinrichtungen mussten wir mindestens 50 Meter Abstand halten um also in einem Abstand von 50 Metern darf man keine Aufenthaltsraumfenster in Richtung der Freizeiteinrichtung orientieren was natürlich schon ein wenig skurril anmutet aber das hat die städtebauliche Konfiguration natürlich entschieden beeinflusst wir haben dort das für uns ein Leitbild einer autofreien durchgründen Stadt entwickelt das heißt die durchaus kräftigen Solidäre die wir entwickelt haben nehmen einerseits Bezug auf die 70er Jahressiedlung gegenüber und dünnen sich nach Norden hin aus werden dort feinkörniger die einzelnen Baukörper entwickeln für sich durchaus starke Identitäten bilden aber durch ihre Stellung untereinander und ihre Ausrichtung eigentlich durchaus ein gesamthaftes Ensemble durch das Zurückrücken und das Vorspringen Ja das ist ein Ensemble eigentlich Egal und lassen aber das war ganz ganz wichtig natürlich den Blick in den umgebenden Park frei das Zentrum bilden eigentlich zwei Plätze in der Mitte der eine hat durch den Baumbestand eigentlich so ein bisschen ländlicheren Charakter der untere ist eigentlich wesentlich urbaner die Haupterschließung hier sieht man rechts führt zentral durch die Siedlung von Nord nach Süd und dieser Haupterschließung zugeordnet sind die sogenannten Stadt Lodgien die jetzt in jedem Haus im Eingangsbereich angeordnet sind die dienen einerseits natürlich der Kommunikation der Bewohnerinnen des Hauses und andererseits auch der Kommunikation mit allen Siedlungsbewohnern beziehungsweise mit den Besucherinnen Es wird eine Vielzahl von unterschiedlichen Erschließungstypen angeboten von zentral belichteten Hallen Laumgang Spennertypen und der Gleichen gleichzeitig natürlich auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Wohnungstypen Rechts sieht man jetzt nochmal den Grund ist und das führt jetzt nochmal zurück zur Lärmbelastung das heißt wir haben in dem nordöstlichen Bereich eigentlich darauf reagiert in dem wir quasi Hof Typen entwickelt haben die nach Norden und nach Osten geschlossene Fassaden haben und sich nur über die Atrien belichten und belüften und damit eigentlich keinerlei Aufenthaltsraumfenster in Richtung der sogenannten Lärmbelastung zeigen wir sind jetzt in dem Block unserer internationalen Tätigkeit wenn man das so sagen kann Schweiz Große Worte deswegen hat das hineingepasst und es hat da eine gewisse Verbindung mit dem Projekt das dann nachher noch kommt das aber in Wien wieder steht das Nationalmuseum Kunst für Kunst und Architekturdesign in Oslo international ausgeschriebener Wettbewerb große Kubatur war dort unterzubringen ein BGF von 50.000 Quadratmeter es ist ein sehr schöner Standort in Oslo sehr zentral gelegen am Hafen in direkter Nachbarschaft zum Nobel Friedens Zentrum wo der Nobelpreis immer verliehen wird beziehungsweise beraten wird wer immer zugesprochen wird hier das Rathaus von Oslo und hier eigentlich links jetzt nicht im Bild die neue Oper es war ein Wettbewerb der auch relativ stark städtebaulich geprägt war wie gesagt eine relativ große Kubatur dort unterzubringen bei der Voraussetzung dass eigentlich keine Tiefgeschosse oder nur ein Tiefgeschoss errichtet werden darf wegen Wasser wegen anderen baukundlichen Bedingungen das Raumprogramm war zu einem großen Teil natürlich diese Ausstellungsfläche mit allen Nebengeschichten die da notwendig sind aber auch ein Drittel fast für Deporäume was was uns jetzt eigentlich vor das Problem gestellt hat wie man hier diese Kubatur unterbringt und wir haben folgenden Weg gewählt also was ich noch vergessen habe zu sagen es war auch gewünscht dort eine Art Platzsituation zu schaffen also von dem Nobelgebäude abzurücken und rund um das Gebäude eine großzügige Platzlandschaft zu erhalten wir haben das versucht auf folgende Weise zu erreichen nämlich dass wir ein Gebäude aufgestellt haben in eine Art dreidimensionalen Raumnetz wo wir in den unteren Bereichen Kubatur weggenommen haben in diesem Bereich um eben diese umspielende Platzsituation zu erhalten und nach oben hin dann auskragen die Depotgeschosse untergebracht haben die sich hier verbergen und drauf wieder eigentlich ab einer gewissen Traufhöhe wo die Stadt sozusagen ihre Höhe ihre grundsätzliche Höhe hat wieder zurück zu rücken um auch jetzt die Belichtung der Nachbargebäude nicht zu beeinträchtigen aber das Ganze eigentlich auch nicht zu mächtig und zu groß erscheinen zu lassen da hat sich eben diese Konfiguration ergeben es war wie eine Art Tetrispiel der Funktionen die sie da übereinander stapeln und man sieht hier jetzt die Eingangsebene also vom rundum freigespielten Platz die Abstände hin zu diesem Gebäude betritt man eben jetzt die Eingangshalle hier gelb gekennzeichnet kommt zu den Liften und zu einer Rolltreppenanlage die den Besucher einmal in das vierte Obergeschoss hinaufleitet man sieht man sieht es hier Treppen also diese Rolltreppe auf dieses Hauptgeschoss hier sind die Kassen hier sind die Zugänge zu den temporären Kunsträumen also via Ausstellungshalle für temporäre Ausstellungen Veranstaltungsbereiche etc auch das Restaurant ist hier angelagert und dann wird eben nachdem man das Ticket sich gekauft hat geht es mit einer Rolltreppe oder mit Lifte hoch ganz nach oben ein System von Rolltreppen ganz nach oben wo dann die eigentlichen Ausstellungsräume angeordnet sind moderne Kunst Kunst Design Hand und diese ganzen Sonderausstellungen also man sieht das hier orange angeordnet beziehungsweise dieses magenta farbene beim Weg zurück eben dann über eine Promenade Verzeihung kommt man wiederum an diesen Depot Bereichen vorbei beziehungsweise an anderen angelagerten Nutzungen die wieder für die Öffentlichkeit bestimmt sind und die Depots sind auch als Art Schaulager ausgebildet so dass man eigentlich jetzt auf den Weg wieder zurück immer Kontakt hat wieder zu neuen Ausstellungsbereichen teilweise erweitert sich dann diese gelbe allgemeine Zone hin ins Freie bildet eben Bereiche Terrassen wo dann Skulpturparks etc. situiert sind das ist jetzt das oberste Geschoss mit Licht von oben wo es dann weitergeht noch einmal in die Design Ausstellung und dann beginnt eben ein Weg nach unten bei den einzelnen Ausstellungsnutzungen oder Ausstellungsbereichen vorbei in einer Art Kaskadenartigen Struktur wird das Gebäude durchwoben und führt eben dann zurück zu diesen Hauptgeschossen da sieht man eben dann so diese einzelnen Geschossen wie die Nutzungen angeordnet gelb immer diese Hauptbewegungszone von unten bis oben durchblickbar und immer links und rechts seitlich erweitert mit eben Verbindungen zu Außenbereichen zu Ruhebereichen etc. und so strickt sich dann eben dieser Trajekt durch das Haus durch bis man wieder unten ankommt und das Gebäude verlässt zusätzlich zu den Nutzungen die da eigentlich Ausstellungsnutzungen sind natürlich noch die ganzen verwaltungstechnischen Sachen notwendig Büros etc. hier die Kunsthalle Restaurants und es ist auch deswegen unten dieser öffentlichere Bereich gelegt um eben ohne dass man jetzt in das große Gebäude hinein muss unten die Zugänglichkeit von der Straße für diese temporären Nachtveranstaltungen etc. zu haben ja die Verbindung ist dann glaube ich jetzt gar nicht so leicht Christoph das ist ein Geschwister die zwei also es ist zwar vielleicht ein wenig kokett ein Nationalmuseum mit einem Obdachlosenheim in Verbindung zu setzen aber ich glaube sie sind in der Struktur und in der Typologie eigentlich trotzdem verwandt ich möchte eigentlich bei dem Neunerhaus eigentlich nur ganz kurz auf einen Punkt wir sind glaube ich schon einen Punkt herausgreifen eigentlich und das ist ein Alleinstellungsmerkmal und das ist die Wettbewerbsausschreibung des geladenen Wettbewerbs gewesen der Verein Neunerhaus hat an selber Stelle eigentlich vorher zwei Zinshäuser gehabt dann haben sie gesagt sanieren geht nicht also Abbruch als ein Wettbewerb und der hat in diesem Zusammenhang einen mit intensiver Einbindung der Bewohnerinnen eigentlich ein Raumprogramm entwickelt so Zielsetzungen für den Neubau und das war insofern speziell weil es nicht so ein klassisches Raumprogramm war wo benibel jeder Raum aufgelistet ist und die Zusammenhänge zwischen den Räumen und wie das alles zu funktionieren hat sondern es war vielmehr so eine verbale Beschreibung wie man das Zusammenleben organisieren könnte im Neuen Haus also wie arbeiten wir miteinander wie wohnen wir miteinander wie können wir das strukturieren und genau diese eigentlich einerseits sehr präzise und gleichzeitig sehr sehr vage Beschreibung war eigentlich dann für uns der architektonische Freiraum wie man das Projekt entwickelt haben möchte nur einen Punkt herausgreifen und das ist aber ganz entscheidender nämlich dass das Zusammenleben im Neuen Haus entgegen vielen anderen solcher Einrichtungen eigentlich sehr auf Freiwilligkeit und Toleranz basiert das heißt die Betreuung geht von einem ganzheitlichen akzeptierenden Ansatz aus das ist die Freiwilligkeit und Zustimmung der Bewohnerin im Voraus das heißt die sozialarbeiterische Betreuung findet nicht nur an genau definierten Orten zu genau definierten Zeitpunkten statt sondern wird auch einen individuellen Bedarf der Bewohnerinnen geleistet heißt konkret dass die Betreuung nicht nur an in den Beratungsbüros die sie im Erdgeschoss an der unteren Fassade nicht nur dort im Sozialstützpunkt stattfindet sondern am Gang im Stiegenhaus im Lift in die Gemeinschaftsbereiche in der Wohnung beim Basteln im Kaffee im Hof und bei Festen und 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 das genau diese Form der Sozialarbeit prägt jetzt eigentlich diesen öffentlichen Raum in der Hagen-Müller-Gossen natürlich ganz entscheidend dieser Raum ist neben hervorragenden Wohnungen das zentrale Element und bildet eben zurück wieder auf das Nationalmuseum eigentlich so eine Art Promenade die sich vom Untergeschoss bis eigentlich ins Dachgeschoss hinaufwindet was hat aber ungeachtet dessen so ein öffentlicher Raum in einem Wohnhaus in einem Wohnhaus für obdachlose Menschen eigentlich zusätzlich zu seiner Erschließung Erschließungsfunktion zu leisten Architektur kann wohl den räumlichen Rahmen bilden die räumliche Voraussetzungen für Öffentlichkeit schaffen wirklich öffentlich wird aber erst sicher durch eine kollektive Interaktion in diesem Raum öffentlicher Raum verstanden als Forum in dem Identitäten und Bedeutungen ausgehandelt werden das heißt in diesem Raum in diesem Erschließungsraum gibt es Nischen Verengungen Weitungen Horizontal Vertikal Ausblicke Transiträume Aufenthaltszonen Zonen für soziale Interaktion hier geben sich Schnittpunkte zwischen den Bewohnerinnen und oder den Sozialarbeiterinnen oder aber und das erscheint uns glaube ich sehr sehr wichtig man kann sich einfach ganz schlicht und ergreifend nur aus dem Weg gehen hier kann man sich in halböffentliche Bereiche zurückziehen oder aber sich der Öffentlichkeit aussetzen wie sehen im Gegensatz zum Erschließungsraum nun die Wohnungen die Orte der Heimlichkeiten eigentlich in diesem Haus aus es hat sich in einigen Workshops und vielen vielen Gesprächen mit den Bewohnerinnen gezeigt dass die Anforderungen an die Wohnung was die Orientierung den Zuschnitt die Abgeschlossenheit und 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 betrifft eigentlich mehr oder weniger kein Unterschied ist zum normalen sozialen Wohnbau lediglich die Komprimierung eigentlich der Alltagsfunktionen auf einen sehr sehr kleinen Raum im Schnitt zwischen 22 und 24 Quadratmeter war eigentlich dann für uns die Herausforderung das heißt wir haben jetzt eigentlich Wohnungen entwickelt und zusätzlich auch die Möblierung die so zwischen Individualität und Vielfalt eigentlich hin und her pendelt heißt konkret dass wir anhand oder ausgehend von einer standardisierten und optimierten Nasszelle 73 verschiedene Wohnungen entwickelt haben die wiederum mit standardisierten Möbeln ausgestattet wurden die Grundrisse nehmen eigentlich jetzt weitestgehend auf die Bedürfnisse der Bewohnerinnen Rücksicht das heißt es gibt Wohnungen trotz der Kleinheit wo der Kochplatz im Mittelpunkt steht oder im Zentrum die Couch oder der Essplatz ist es gibt Barwohnungen und so weiter und so weiter 73 verschiedene Teile eigentlich die standardisierten Möbel bestehen man sieht es auf den rechten Bildern einerseits aus mindestens 1,80 Meter Küche Tischbett und diesen frei kombinierbaren und frei anordnbaren Möbeln auf der rechten Seite Soziales Zentrum mit dem Haus ist klarerweise abgesehen von den erwähnten Gemeinschaftsbereichen in den Obergeschossen eigentlich ein zum abgesenkten Innenhof orientiertes Café Neunerhaus oder Sneunerl Entschuldigung heißt es offiziell zum Abschluss muss man glaube ich schon noch anführen dass es klarerweise die die größten Anstrengungen von allen Beteiligten erfordert um so ein Haus zu realisieren vom Bauherrn über die Architekten bis hin zu die Handwerker vor Ort trotzdem kann sowas aber nur funktionieren oder entstehen wenn auch die Politik respektive die Gesellschaft Unterstützung leistet und ihren Beitrag leistet wir leben noch in einer Stadt in der solche Projekte gefördert werden die Stadt Wien hat das aus Mitteln aus unterschiedlichen Ressorts getan und hat einmal mehr bewiesen ihre soziale Kompetenz bewiesen denn die Qualität einer sozialen Gemeinschaft eines Staates einer Stadt glaube ich zeigt sich nicht zuletzt an den Angeboten und Hilfestellungen die sie jenen Mitgliedern bietet für die die Herrschaftsnormen der Gesellschaft im Alltag nicht mehr zu bewältigen sind zum Abschluss muss man eigentlich noch Danke sagen für alle Mitarbeiter die dabei waren die vergisst man relativ schnell weil ohne die werden die Projekte eigentlich nicht in dieser Form zu präsentieren gewesen danke sehr danke vielen Dank Evelin und Florian kommt ihr vielleicht raus bei der Diskussion dass ihr zumindest zu viert seid aus der bisherigen Erfahrung weiß ich nämlich dass ihr euch nie einigt und jeder was anderes sagt als erstes möchte ich schon die Frage ans Publikum ob sich quasi aus dem jetzt ob sich Fragen ergeben sonst würde ich einmal eine erste stellen die sich natürlich gibt aus dem 20-Jahr-Wohnbau habe sie eigentlich jetzt ziemlich gut gezeigt wie weit die Spanne ist und mit dem letzten Projekt natürlich ein spezielles Wohnhaus meine Frage ist jetzt der Wohnbau hat sich in den letzten Jahren ja doch wenn man im 20-Jahr-Zurückblick verändert in bestimmten Fokussierungen und Gewichtungen Aspekte und da würden wir interessieren wie ihr diese Entwicklung seht dass momentan die Tendenz ist von der Bauform nach Raumform und so weiter von Wohnungen selbst eher wegzukommen und das geht mehr in Richtung Lebensbilder unterschiedlicher Art und verschiedener Bedürfnisse und das Wohnen als Betriebsform und das würde mich interessieren wie ihr diese Entwicklung seht wer will was sagen also ich glaube schon also dass die wenn man sich das ansieht das Kabelwerk was nämlich so das ist eines der ersten Dinge wenn das jetzt 20 Jahre 16, 17 Jahre zurückliegt hat es eigentlich einen ziemlichen Aufschwung gegeben sage ich jetzt einmal im Positiven und jetzt geht es eigentlich wieder komplett in die andere Richtung ich weiß nicht ob du jetzt anspielst auf unsere gestrige Diskussion dass man heute als Architekt wahrscheinlich besser lebt wenn man huffi fluffi lustig ist eigentlich und weniger konkrete Innovationen bringt sagen wir es einmal so und die glaube ich werden immer schwieriger das glaube ich auf jeden Fall dass es verbreiten wir schöne Bilder verbreiten wir lustige Bilder das ist leichter zu verkaufen wie eine konkrete reale Innovation glaube ich ich meine das jetzt ungefähr hast du das gemeint ich glaube da darf ich dazu auch was sagen ich glaube es geht ja wirklich darum dass in letzter Zeit und was uns auch wirklich weh tut die Architektur immer weiter wegkommt gerade im Wohnbau von den inhaltlichen Auseinandersetzungen es wird eben wie du sagst es werden Projekte irgendwie gemacht und etabliert die die eine relativ banale Struktur haben aber ein schickes Gewand und das ist wirklich was was irgendwie das Ganze verwischt nämlich die Diskussion auch für das eigentliche inhaltliche blind macht es wird einfach es werden schicke Bilder erzeugt und das glaube ich es ist wirklich das was in letzter Zeit die Tendenz ist und wo wir eigentlich mit unseren Projekten immer dagegen gearbeitet haben wir haben immer gesucht eigentlich schon eine besondere Form eine besondere Gestalt eine besondere Art zu finden aber immer aus einer Inhaltlichkeit heraus ergibt sich immer aus einer Suche nach einer nach einer Lebens wie soll ich sagen nach einer Architektur die sozusagen mit der Wirklichkeit mit dem Leben und das Gefühl ist schon dass sozusagen diese diese modischen Kaschierungen eigentlich dazu dienen eben diesen Rückschritt der eigentlich weg geht sozusagen von der Auseinandersetzung mit dem mit dem Leben und sozusagen mit der Architektur das zu kaschieren ja dass es so eine Gegenbewegung ist in letzter Zeit sehr gern eben auch mit Räumen also für uns ist immer der Erschließungsraum ist ein sehr interessanter Raum den man jetzt bei fast allen Projekten so die wir jetzt präsentiert haben sieht man dass der immer was anderes und immer was besonderes hat und derzeit stellen wir fest dass die Projekte die jetzt nicht von uns sondern was man sonst so viel sieht realisiert werden dass dieser Erschließungsraum zurückgestutzt wird es gibt eben nur noch den Treppen also die Stiegen und die Lifte und es fehlt eigentlich so dieses Gemeinschaftliche in dieser Erschließung was uns immer sehr sehr wichtig war also es wird sehr reduziert es wird alles immer kleiner die Wohnungen werden smarter und offensichtlich auch die Stiegenhäuser werden smarter und da geht dann schon sehr viel Qualität insgesamt verloren also für die Bewohner das wäre schade wenn die Entwicklung sich dann noch zuschützt wird die Räumlichkeit die Faszination am Räumlichen ist natürlich das Ganze spurtbar aber auf was würdet Sie meinen dass das zurückzuführen ist also warum gibt es jetzt quasi diesen Wechsel ist es der ökonomische ändern sich die ökonomischen Bedingungen ändern sich die Gewichtungen politischer Natur oder woran liegt es eigentlich oder sind andere Gewichtungen quasi innerhalb der Architektenschaften von der Thematik die Architektur ist so sehr stark in der Gesellschaft allgemein angekommen weil sie Bilder verkauft und das ist natürlich jetzt das geht von der Werbung bis zum Smartphone bis zur Politik verkaufen hübsche Bilder und da kann die Architektur jetzt aufgrund der technologischen Entwicklungen mit den Ränderings und was der Geier was jetzt einfach wahnsinnig gut mithalten das war früher ja einfach also so handgezeichnete Skizzen ist nicht so wahnsinnig verkaufbar oder ästhetisch schön sind sie so vielfach nicht sie sind vielleicht leicht verständlich sind sie oder sie sind quasi niederschwellig wie hast du jetzt gerade eine Werbung in der U-Bahn wie ist die gegangen also Fippel Triple E ich habe es vergessen aber irgendwas trinkt eine Karriere trifft Frischluft habe ich gerade gelesen es ist eine Mischung aus es ist sicher die Ökonomie natürlich es muss überall gespart werden alles wird ja verdichtet aber jetzt die Kosten her verlegen sind in etwa beim geförderten Wohnbau alles im Rahmen das nur gefördert es ist ein Wohnheim insofern ein bisschen umschichten aber im Prinzip ein bisschen ich glaube es ist ein großer Teil Angst da dabei von den Bauträgern also man sieht sowas und denkt sich das ist teuer also es wird gar nicht mehr sozusagen in die Tiefe geblickt wie man das jetzt umsetzen kann was jetzt da wirklich teuer ist sondern es scheint teuer zu sein und damit ist es schon einmal irgendwie schwierig umzusetzen in Wirklichkeit ist wahrscheinlich das einzige was wirklich aufwendig ist ist die Planungsarbeit das muss man schon sagen das ist natürlich das stimmt also man macht das Leben selber schwer aber nein man macht es es macht keinen Spaß darum machen wir es ja aber ich glaube dass das irgendwie ein Problem ist diese 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 Angst vor vom Komplexen und diese Tendenz hin zum separieren also alles muss einfach und banal ist ja nicht unbedingt irgendwas Schlechtes aber es muss irgendwie ganz einfach umsetzbar sein und dann fühlt sich eigentlich der Bauträger wohl dann fühlt sich die Baufirma wohl und dann sagen sie dann können wir es errichten und diese dass das alles nicht so so eins zu eins umsetzbar ist oder 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 anzuwenden ist das das wird gar nicht gesehen ja also was ist da teuer an dem Gebäude eigentlich wir sehen ja es hat dieselben Kosten wie ein normaler sozialer Wohnbau kompliziert ist es aber im Vorfeld war es natürlich schon ein Thema bei der Ausschreibung ja was macht es ihr da und wieso und furchtbar wobei wir sollten jetzt nicht ins Jammern verfallen weil zeig mir eine Stadt in Österreich wo das möglich ist das meine ich also die Frage ist jetzt es geht nur geändert vielleicht ist da der Nerv sehr vieler Beteiligter an der Politik und so weiter gering momentan sozusagen geht es um Menge scheinbar viel Menge schnell schnell viel es gibt auch oft die Angst vom Luftraum also zum Beispiel wenn man bei bei Schulen wo man in der Zwischenzeit ja auch in den Ausschreibungen schon liest es dürfen keine zweigeschossigen Lufträume mehr in den Schulen sein das ist für die Kinder gefährlich das sind so Entwicklungen die ziehen sich ja durch alle Bereiche durch nicht nur im Schulbau sondern eben auch im Wohnbau manchmal sind es auch Normen die dann Dinge verhindern oder Gesetze die dann Dinge verunmöglichen mit der Zeit wie immer diese Giebelverdrehung die wir gemacht haben aus meiner Sicht oder was sind wir das jetzt aber es gibt in dem Sinne vielleicht einen Paradigmenwechsel dass bis jetzt die Regulierungen oder die normativen Sicht weil sie sich beschränkt haben auf technische Aspekte es gibt seit sicher sieben, zehn Jahren eine Tendenz dass psychologische oder Verhaltensweisen plötzlich normiert werden oder eben so Aussage Kinder wollen das nicht oder ich meine das neue Haus ist ja für sehr spezielle Personen das war in dem Zusammenhang die Frage also so gesehen ist das schon für sehr spezielle Lebensformen gebaut und trotzdem könnte wahrscheinlich jeder andere genau so werden ich habe gerade am Dienstag eine Diskussion gehabt darüber auch mit der jetzigen Geschäftsführerin des Neunerhauses ist irgendwas speziell an dem Haus was jetzt hingeschnitten ist auf die Obdachlosigkeit oder ehemalige Obdachlosigkeit je öfter ich dort bin und je öfter ich darüber rede ich könnte es nicht sagen ich meine klar du hast du Parameter eine wahnsinnig hohe Fluktuation wenn du alle zwei Jahre einen Mieterwechsel hast dann heißt das was für die Materialien dann heißt das etwas für die Instandsetzungsfähigkeit von den Materialien aber de facto ja also man ist mit der Wohnungsgröße abgesehen die aber unter Umständen die Wohnungen größer Studierendenheim aber das ist schon richtig ich wüsste gar nicht was da jetzt wirklich ganz ganz speziell ist drauf ich habe eine Frage zu einem Einzelprojekt vielleicht der kritische der Herr Nahlsach ich weiß jetzt nicht wie die Gasse oder Straße heißt die im Süden vorbeigeht Friedmanngasse 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 da steht praktisch in der Achse von der Friedmanngasse die breiten Friedmanngasse die Ende des 19. Jahrhunderts ein historistischer Bau sehr besonders aber interessanterweise aber nicht mit der Fassade zur Stadt gewendet wie die ältere Pyristenkirche oder die Arbeit auch innen ist und so sondern hinaus quasi der Stadterweiterung zugewendet die Stadtbahn hat da Rücksicht genommen die hat dort weit über den Verkehrsbedarf hinaus aus zwei oder drei Brücken so dass dort die Trasse nicht den Durchgang und Durchblick im Erdgeschoss oder unteren Bereich nicht unterbricht und jetzt kommen wir und stellen vor diese zweitürmige Fassade ein Hochhaus das praktisch den linken Turm von der ganzen Friedmanngasse betrifft ist das je zur Erörterung gestanden? Grundsätzlich muss man sagen wir haben eine legitimierte Widmung gehabt insofern sind die Diskussionen natürlich wann dann sind sie vorher geführt worden ich habe aber überhaupt kein Problem damit weil warum soll sich eigentlich nur die wenn man sich dort das Stadtgebiet anschaut nur die Kirche eigentlich fröhlich jetzt schon es wird es wird immer wieder auf das hinauslaufen weil es ist lustig wenn man auf der Terrassenform in Euser steht und da den Blick statt auswärts wendet da gibt es nur mehr das Schwesternhaus bei Endstation Ottakring und sonst produziert sich dort in erster Linie eigentlich die römisch-katholische Kirche warum? da tun wir den einen Turm verdecken das ist eine Maßnahme naja das war jetzt nicht der Haupt das ist der Anfang von der anderen Seite verdeckt der Turm in Herrn Euser das ist genauso eigentlich eine Frechheit naja das ist eben die Frage ob das jetzt immer im Prinzip war die Diskussion wie wir eingestiegen sind war es natürlich nicht ich höre nur an ein härteres Beispiel jedes Kind das im Westen von Wien aufgewachsen ist weiß dass man von der Josefstetter Straßen den Stephansturm sieht wann kommt einer aus dem Ausland schaut sich das Grundstück an macht ein Haus wo das verdeckt wäre Gott sei Dank nicht einmal die Jury bemerkt Gott sei Dank bemerkt es dann noch irgendwer das war dann auch wurscht ich sage es ganz ehrlich es ist mir eigentlich wurscht weil ich sehe den Stephansturm von so viel Gossen nicht warum genau aus der Josefstetter Straßen muss man das muss man wirklich weiß einmal so gewesen ist dann auf ewige Zeit so ich weiß nicht wie viele Häuser hätten wir dann nicht gebaut weil sie weil sie in Stephansdom verdecken jetzt mittlerweile die gebaut worden sind also grundsätzlich jetzt kein Verweigerer der Geschichte im Gegenteil teilweise glaube ich wird es ein bisschen übertrieben wer soll das Privileg haben ihn auszuschließen Irgendwer der Räscher hat nee nee aha das in welcher Diskussion sind wir jetzt beim Heumarkt oder auch das ist eine andere Diskussion wie der Herr Nalser glaube ich sonst bin ich vollkommen bei Ihnen dass da wahrscheinlich nicht unbedingt ausreichend diskutiert wurde beziehungsweise heute gerade wieder sehr publik Alternquartier dass teilweise wahrscheinlich Dinge in der Stadtplanung passieren die vielleicht nicht passieren sollten betreffend der Blickpunkte kann man vielleicht auch leiten im Zusammenhang Herr Hermann du kennst die Aussage mit der Kunsthal und mit der Karlskirche quasi verstellt jedes Haus in Wien den Blick auf die Karlskirche ist nur die Frage wo man steht aber es ist durchaus natürlich interessanterweise immer wieder bei diesen Blickbeziehungen der Canaletto Blick ist ja legendär Gott sei Dank hat er nicht in eine andere Richtung geschaut könnte man sagen für manche Investoren den gibt es nicht mehr aber da ist ja im Profil der Artikel gestanden von Grisemann von Stefan Grisemann der Canaletto Blickt hier nicht mehr ja aber die Anleger von dem Turm die schauen in der Gegenrichtung aufs Privetär mit seinen Blumenpaketen und dadurch ist die Außenfront genauso einträglich wie die über die Stadt das ist der Fortschritt du hast ja ich weiß nicht ob man sich in einer relativ momentan hachigen Diskussion verstrickt ich würde eher lieber zurückgehen auf das was ihr irgendwie verursacht oder was die Substanz eurer Arbeit ist ich glaube dass es momentan prekärer nicht einzelne kleine Brände sehen sondern es ist wirklich der Wohnbau das eine was du angesprochen hast die 50er 60er stehen zur Sanierung an und da wollte ich noch fragen wie da weil du damit beschäftigt hast welche Überlegungen Strategien es da von der Stadt gibt weil sie teilweise sehr wenig dicht besiedelt sind also die Bebauungsmuster sind sehr dünn wo sich allalong wahrscheinlich schon die Frage gestellt wird wie in Zürich Ersatz Neubauten und so weiter Du meinst wie die Haltung der Stadt dazu ist also der Politik Ja oder was wie du es einschätzt Wie soll man sagen die also wir reden da bei den Siedlungen eigentlich plus minus immer von Dichten zwischen 0,98 und 1,2 Die Haltung der Stadt ich glaube es ist eine sehr unkoordinierte weil auf der einen Seite gibt es einen sehr großen wie soll man sagen einen großen Immobilienbesitzer sprich Wiener Wohnen die natürlich Ambitionen hat oder auch den Auftrag hat Wohnraum zu schaffen das heißt da denken sie aber in erster Linie eigentlich immer um Dachgeschossausbauten und dergleichen auch in diesen Siedlungen immer natürlich am Schluss mit der Frage was bringt es den BewohnerInnen die jetzt dort wohnen weil die Struktur lässt eigentlich keine Barrierefreiheit zu weil halt außen dazugestellte Lift Zwischengeschoss und dergleichen kennen wir alles in den Siedlungen selber glaube ich die sind noch relativ gesichert glaube ich einmal also weil man einfach schon auch versteht dass es politisch glaube ich nicht ganz einfach ist jetzt jemanden zu sagen wir brauchen Wohnraum ich stelle da jetzt ein Haus rein man müsste das wirklich erklären warum diskutieren wir das dann nicht in Hitzing in Töbling und bei jedem Kleingarten nur weil es mir aus Stadt gehört müssen die Bewohner alles fressen also ich glaube deswegen ist es ein bisschen also der Ludwig glaube ich würde sich momentan da nicht drüber trauen was ich durchaus begrüße also wie gesagt die Ränder sind kein Thema ich frage in Zürich ist natürlich die Situation etwas anders es gibt viel weniger Boden der zur Verfügung steht der Großteil gehört den Banken Versicherungen und so weiter Wien hat in der Hinsicht natürlich schon unglaubliche Flächenreserven zur Verfügung für Wohnbauentwicklungen aber es ist trotzdem die Frage in Zürich ist es üblich oder es ist gang und gäbe dass diese 50er-Bauten wo sie technisch hochwertiger sind keine Probleme mit Infrastruktur werden sie abgerissen und nachverdichtet und beschäftigt sich da jemand damit oder ist das also das hat auch mit Mietrecht zu tun in Wien ist es wahrscheinlich schwieriger in Bezug auf Mietrecht das ist in der Schweiz möglich und rechtlich sozusagen Leute umzuquartieren das heißt du gehst davon aus dass diese 50er-Bauten so lange 50 60 70 die sind glaube ich mittlerweile zu 80% thermisch saniert also jetzt beginnt man dann wieder bei den zuerst sanierten weil da sind halt nur 5 cm draufgekommen und jetzt kommt dann die nächste Stufe die Wohnungen sind im Prinzip von der Struktur und von der Größe eigentlich sind es wie Smart-Wohnungen heute das ist absolute absolute Qualität und eben glaube ich also das da ist Zürich einfach ein wenig kapitalistischer geprägt das glaube ich auch das sind nicht Gemeindebauten und gleichzeitig also reißt was ab und gleichzeitig soll man Wohnraum schaffen ich glaube darum diskutiert das momentan zumindest meines Wissens noch eigentlich in der Stadt niemand bitte eine Frage ist folgende so wie Sie die Hörs konzipieren müssen Sie eigentlich die Idealen für Baugruppen sein im Sinne von maßgeschneidert im Sinne von gemeinschaftlicher Zugang und so weiter haben Sie schon für Baugruppen gebaut wollen Sie das für die Ursuppe haben wir gebaut Baugruppen für die Sagfabrik wobei man da auch aufpassen muss weil die Sagfabrik hat insofern auch bis heute glaube ich ein Alleinstellungsmerkmal weil es ein Verein ist und nicht Eigentum schafft die Baugruppen glaube ich heutzutage machen in erster Linie Produktion von Eigentum und das ist die Sagfabrik nicht sondern das gehört einem Verein und man zahlt Mitgliedsbeitrag quasi Miete und insofern sind die Baugruppen heute sicher ein bisschen anders strukturiert es hat uns noch keiner gefragt eine Baugruppe Wir haben einmal zwischendrin haben wir mal mit einer begonnen und das war dann kurz vor dem Grundstückskauf dann hat es wieder jemand anders gekauft das Grundstück also es hat sich nie ergeben aber nicht absichtlich sondern bis heute Gemeinde Ringen verkauft jetzt ganz günstig Grundstücke 140 Euro Soll wir kaufen Neustift Friedhof oder was Können wir eine Baugruppe jetzt gründen Mit dir sicher nicht Das hätte mich sehr gewundert Wenn es sonst keine Fragen mehr gibt Ich glaube Buffet gibt es wieder wie immer dann würde ich das eröffnen Danke 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 Vielen Dank.